Christoph Wanner in Moskau. Ja, also es gibt eben wieder massive Drohnenangriffe der Ukraine, auch auf dieses russische Kernland. Wie reagiert jetzt Moskau darauf? Jetzt ist erst einmal Bestandsaufnahme gefragt. Es war doch eine massive Attacke. 16 russische Regionen, man nennt das hier Subjekte, man könnte das auch Bundesländer nennen, wurden angegriffen. Also alles russisches Kernland. Und es ist eben auch so, dass Moskau in Mitleidenschaft gezogen wurde. Und auch das Moskauer Umland, diese Stadt im Moskauer Umland, heißt Ramenskoy, das ist wirklich nicht weit weg von der russischen Hauptstadt. Und dann direkt am Stadtrand hier im Südosten Kaputner heißt dieser Stadtteil. Da ist eine große Raffinerie und da ist wohl eine Drohne runter. Und da brennt es jetzt auch. Wie stark der Schaden ist, kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber es ist schon so, dass die Ukrainer da nicht einfach ins Leere fliegen, sondern immer wieder schwere Treffer landen. Und wir beobachten das ja auch in der Vergangenheit. Es geht jetzt um die kritische Infrastruktur der Russen. Soll heißen vor allem erstmal Energieinfrastruktur wie Kraftwerke, aber natürlich vor allem Raffinerien. Das ist das Dauerziel der Ukrainer im russischen Kernland. Dazu kommen noch die Luftwaffenstützpunkte der Russen, wo die Hangers fehlen zu einem großen Teil. Das heißt, sowas wie Garagen für die Flugzeuge. Die Flugzeuge stehen unter freiem Himmel. All das sind akute Probleme, gegen die die russische Regierung vorgehen muss. Das aber noch nicht entschieden genug tut. Und so ist es zu erklären, dass diese Raffinerien, genauso wie die Stützpunkte, die Luftwaffenstützpunkte häufig nicht ausreichend geschützt sind. Und deswegen brennt es regelmäßig. Und deswegen brennt es regelmäßig.